also wie ihr seht haben wir uns wirklich schön verkleidet man kann sich auch im alter noch verkleiden wenn man halloween feiert denn das alter ist nur eine zahl eben also ich finde es ganz lustig und wenn ihr euch jetzt auch verkleidet und uns ein bild davon schickt dass wir dann auch veröffentlichen dürfen dann bekommt ihr eine gehstock geschenk das ist aber kein gehstock moni den will ich nicht okay wäre fast richtig fast ja also als hexe brauche ich ja ein wesen aber wir wollten jetzt ein gehstock das ist richtig das ist richtig das ist ein gehstock ja 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 doch ja ich bin